Musik Wir sind die Firma Dietiker & Humble. Uns gibt es seit 1975. Und wir sind seit hier in Winterthur-Ansässig. Musik Hauptsächlich haben wir uns konzentriert auf schöne HiFi-Musikanlagen. Musik Wir haben einen Lautsprecher von Bowers & Wilkins, der sehr natürlich ist, sehr schön auflöst, gute Bühne bringt und mit Klasse Elektronik, die das schon vorher liefert. Von der Bowers & Wilkins ist die 802 in Betrieb. Das ist eigentlich eines unter dem Flaggschiff von der Bowers & Wilkins. Ein schöner 3-Weg-Lautsprecher, der wirklich Bass-, Mittel- und Hochton getrennt hat. Ein sehr hochwertiges Produkt. Bei der Klasse E. Die haben ganz neu eine neue Serie auf den Markt gebracht. Die neue Delta-Serie, die wir jetzt vor und erst Stereo endstufen. Musiklose ist einerseits ein Background-Sound, dass man einfach in der Küche ein bisschen Musik macht. Die Kunden, die hier so etwas kaufen, für sie ist Musiklose ein Hobby. Entspannen, nach der Arbeit runterfahren, und dann sitzen wir hierher und geniessen Musik. Auch dort macht es dann auch wirklich Freude.